Oh, ich kann mit dem Mausrad zoomen. Oh Gott, da oben ist was. Seht ihr den? Hi! Kleiner Mann. Ich wollte erstmal ein bisschen Kaffee trinken und vielleicht mit jemandem quatschen. Muss ja nicht gleich irgendein Monster kommen. Das muss doch nicht, oder? Ah! Oh! Oh! Oh Gott! Fuck you. Ich hab dir ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust drauf. Aber... Muss ja, ne? Was? Wer bist du denn? Lass mich nicht drüber! Geil. Leute, um nochmal auf die Facecam-Geschichte hinzuweisen, weil viele Leute ja gesagt haben, ich soll unbedingt mit Facecam spielen, ich mach das eben nicht, weil ich hier das Bild nicht verdecken möchte, für alles, was passiert, weil in der Ecke irgendwas passiert. Erstens das und zweitens ist es eh dunkel, man sieht mich sowieso nicht, weil meine Facecam sowieso kopfschlecht ist. Und drittens, äh, halte ich nicht viel davon. Ich schäme mich an physischer Fiktion, hat sich in reichen Effekte, die Umwelter wird drauf, auf die zu. Äh, hochockensvoll, bla bla, deine Mutter. Genau. Wie komm ich denn dem... Kann ich denn jetzt vor dem wegkommen? Wenn hier die ganze Zeit rumläuft, dann geh ich nicht raus, mann... Oh, nein, 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 nein! Geh mir aus dem Licht! Ich renne, 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 alter! Renn um dein Leben! Und das bitte, das bitte, das bitte, das bitte... Bin ich sicher, hier bin ich sicher, hier bin ich schon sicher, oder? Nein! Renn, 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 renn Alter, nein Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier Bringen wir einfach und gehen dann direkt Deine Mutti ist da Wo kommt der eigentlich her? Gut, die gehen nicht auf Wow, wow Alter, was bist du denn für eine geile Sau Komm, lass ich mal filmen Baby, für meinen Vlog Ja, ich war jetzt am Wochenende im Urlaub Und hab euch mal ein paar schöne Bilder mitgebracht Hier vom Hotel Playmassive Ne, voll schön Das Personal ist Leicht verwirrt Aber ansonsten Hatten sie echt schöne Zimmer hier Das war mein Zimmernachbar Wilfried, der Große Guck, guck Ist hier was? Wow Hast du mich erschreckt, Alter Da fallen sie einfach Entkommen durch die Duschen Ja, toll Entkommen oder was? Boah, was denn? Ah, 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 ah Okay, ich hab hier wieder so'n Schalter zum Knüppeln Machen wir mal einfach Oh, oh Nein Fuck, nein, was ist los? Nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ah Machen wir mal einfach Machen wir mal einfach Machen wir mal einfach Machen wir mal einfach Er kommt Da ist er Die Sau Die Sau Was macht er denn jetzt? Fuck 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 Nein Nein Da lang Weiter Ich häng fest Ich häng fest Oh Gut, dann muss man ab durch das blutige Loch Ich meine blutige Löcher Interessiert mich eigentlich ehrlich gesagt nicht so Weil ich das Gefühl habe, dass hier irgendwas Böses kommt Um mich gleich umbringen will Hm Ich weiß, dass hier irgendwas ist, wo ich mich wieder verstecken darf Genau Mein Freund Der klotz Hmm Ich alle tippten Grabschein nach rechts Fuck 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 Rennen 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 R precurs Didn Wer ist Also Noch einer Ich war schwe Yellow austricksen da komm ich scheiße ficken Bumsen, Hurensohn, Arschlochkacke Renn, 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 renn Oh Gott, was ist das für ein Aberentier oder was? Genau kurz gucken ist da irgendwas bewusstes? Ne, sieht nicht danach aus also runter in den Newtonmatschaufen Was ist diese komische Musik? Da hat sich irgendjemand aufs Keyboard gesetzt Bomb Geh mal hier rein Nein Mein Matafadi fährt 210 Schwupps, die Polizei hatte ich nicht gesehen Das macht Spaß Ich geb Gas Genau Der Naki Dai Naki Dai, komm dreh dich mal um Wir wollen alle dein Gemächtes sehen Naki Dai, oh Es hat ein Monster Dingle Da ist nix Da ist nix Mann, Mann, Mann Ist das ne Bock wurscht ey Kannst umschalten Mickey Mouse ist vorbei Rock'n'Roll, Digger Rock'n'Roll 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 Rock'n'Roll